Dieses Video dauert weniger als drei Minuten und soll Ihnen einen Überblick geben, welche Möglichkeiten in unser Florida Portal für Ihre Werbung oder die Ihrer Kunden bietet. Der kurzen Zeit wegen geben wir hier nur andersweise einen Überblick. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Unser Florida Portal ist hochsuchmaschinenoptimiert. Wir haben mehr als 4,5 Millionen Besucher, Bullish, aus über 120 verschiedenen Ländern. Das Portal ist für Touristen und Businessreisende gedacht und enthält detaillierte Informationen über Florida. Um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, haben wir hier sechs Abfragen bei Google dargestellt. Erste Frage, gesetzliche Feiertage in Florida. Hier sind wir auf Seite 1 in Position 1 mit der gestellten Frage, gesetzliche Feiertage in Florida, USA. Bei der Abfrage, Thanksgiving, Datum, finden Sie uns ebenso auf Seite 1 in der Position 3 mit der besagten Frage, Thanksgiving in Florida. Bei der Frage, Ostern in Amerika, finden Sie uns auf Seite 1 in der Position 1 mit der besagten Frage. Bei der Frage, Feiertage in Florida, finden Sie uns ebenso auf Seite 1, allerdings jetzt gleich dreimal, einmal mit der gestellten Frage, gesetzliche Feiertage in Florida, USA. Darunter, variable nationale Feiertage in Florida, USA und darunter feste Feiertage in Florida, USA. Also gleich drei Einträge auf Seite 1, also gleich drei Einträge auf Seite 1 untereinander. Bei der Frage, Geschwindigkeitsbegrenzung Florida, finden Sie uns ebenso auf Seite 1, gleich mit zwei Einträgen. In Position 1 mit der gestellten Frage, Tempolibit in Florida, USA. Darunter, Verkehrsregeln in Florida, USA und auf die Frage, wie viel kostet Benzin in Florida, finden Sie uns auf Seite 1, gleich zweimal. Einmal in der Position 2 mit der gestellten Frage, Benzin in Florida, USA und darunter in Position 3, Seite 1, die Frage, Auto in Florida, USA. In allen Fällen stehen wir bei Google auf Seite 1, ganz oben oder sogar auf Position 1, in einigen Fällen sogar mit zwei oder drei Einträgen. Auf über 500 Seiten bieten wir zweisprachig, Deutsch und Englisch eine Vielzahl an Informationen über Florida an. Werbung auf unserem Portal ist besonders effektiv, da wir schwerpunktmäßig über verschiedene Florida-Themen berichten. Vereinbaren Sie mit uns ein Gespräch. Wir rufen Sie gerne an.